hey bayern fans fußballfans und fußballverrückte hallo und herzlich willkommen bei ollis fcb ja schön dass ihr eingeschaltet habt falls ihr das letzte video noch nicht gesehen habt schaut es euch mal gerne ein da schaut es euch mal gerne an da bin ich auf die entlassung bzw trennung von thomas tuchel eingegangen und auch vor und nachteile wie es dazu gekommen ist warum es dazu gekommen ist und natürlich habe ich euch da auch meine meinung mitgeteilt das findet ihr unter dem video oder auf meinem kanal also so viele videos sind da ja noch nicht ich habe ja erst vor kurzem begonnen aber bevor ich mir hier noch den mund fusselig rede würde ich sagen starten wir jetzt sofort in die pressekonferenz rein ich habe mir das noch nicht angeguckt ich habe nur das fenster geöffnet kurz mal ein soundcheck gemacht ob das alles so passt ich habe noch gar nichts gehört ich bin tierisch gespannt was da heute für fragen kommen vor allem noch mehr gespannt darauf was dafür antworten kommen werden von unserem noch trainer gott sei dank noch trainer und nicht trainer auf ewigkeit schauen wir uns das ganze doch mal an und ja ich würde sagen wir starten sofort mal rein ich mache mich jetzt mal hier ein bisschen kleiner weil wir wollen ja thomas tuchel sehen und nicht unbedingt mich so ein bisschen noch hier verschieben das ganze falls das nachher irgendwie falls tuchel gleich noch größer werden sollte mache ich mich noch ein bisschen kleiner oder so und ich bin so neugierig darauf wenn ich ihn schon da sehe im im pause bild also wie gesagt das sieht es ja hier unten das ist noch keine sekunde gelaufen und er ist am lächeln er ist glaube ich einfach so happy dass dieses missverständnis und da muss man ja echt muss man ja mit einstimmen was missverständnis angeht was die die hamann gesagt hat dass das jetzt bald ein ende hat ich mache wieder zwischendurch pause wenn ihr euch das ganze im ganzen anschauen wollt dann seid ihr natürlich beziehungsweise ohne unterbrechung anschauen wollt dann seid ihr hier natürlich falsch weil hier werdet ihr meine ehrliche meinung dazu hören ich reagiere darauf also wird es hier immer wieder mal zur unterbrechung kommen ich versuche ihnen die sätze zu ende reden zu lassen außer wenn mich irgendwas nervt dann gehe ich auch mal voll dazwischen ich bin hier krass über überbelichtet gerade hier knallt gerade gut die sonne rein obwohl wir eine wolkendecke haben ist hier gerade tierisch hell aber ich denke darum geht es ja jetzt nicht wir fangen an viel spaß findet jeder platz ja herzlich willkommen hier und überall eine ereignisreiche woche mündet im topspiel morgen abend der fc bayern gegen rw leipzig willkommen zur medienrunde sowie hände habe ich noch nie auf einmal gesehen ja thomas wie kam es jetzt zu diesem ereignis dass man sich im sommer trennen wird und juan nagelsmann ich glaube das passt wie die faust aufs auge hat gesagt dass man beim fc bayern münchen grundsätzlich als trainer zu wenig zeit bekommt was sagst du auch zu dieser aussage vom bundestrainer kommentiert keine anderen aussagen die ich selber nicht gelesen und gehört habe wie kam es dazu wir haben am dienstag gesprochen und dann haben uns am mittwoch haben wir die mannschaft informiert und dann schon euch informiert das was sind die gründe dafür also ja die gründe sind wir sind unzufrieden mit der art und weise wie wir spielen dazu ist es unzufrieden mit der mit der punkteausbeute und mit den drei niederlagen in folge ich denke dass das bild ist nicht ein ist es kein eindeutiges bild ich denke wenn es ein eindeutiges bild und einen eindeutigen schuldigen gebe in dem fall den trainer dann dann sehe ich heute jemand anders hier auf der pk ich denke das impliziert die entscheidung auch aber es ich stehe in der verantwortung also muss jemand die verantwortung dafür nehmen für das wie er das sofort betonen muss wie er nicht ein na natürlich das habe ich ja auch schon im letzten video gesagt es gibt nicht nur einen verantwortlichen das wäre auch total einfach wenn man wenn man das wenn man da so rangehen würde ich muss mich glaube ich mal ein bisschen leiser machen ich bin tierisch laut gerade also müsste es schon ein bisschen besser sein natürlich gibt es nicht nur einen verantwortlichen so klar ist die mannschaft auch mit verantwortlich aber wer hat denn die hauptverantwortung für die leistung einer mannschaft du als trainer und du hast so viele fehlentscheidungen getroffen diese saison du hast so vielen spielern nicht die chance gegeben hast andere spieler bevorzugt behandelt obwohl sie keine leistung gezeigt haben hast spieler hast nicht auf spieler gesetzt die dir leistung gezeigt haben hast damit meiner meinung nach so eine große unruhe in das team gefüge in die team chemie reingebracht dass du auf jeden fall einen verdammt großen anteil daran hast und du hast auch anteil daran warum manche spieler nicht ihre leistung abrufen weil du sie so verkopft hast mit deinen ganzen taktiken mit deinem expected goals gequatschen nach dem spiel mit mit der 0 3 niederlage gegen man city ich bin schock verliebt in meine mannschaft du hast einfach in vielen situationen unklug gehandelt ich sage damit nicht an alle tuchel liebhaber dass tuchel ein schlechter trainer ist aber er hat bei uns bei bayern münchen beim fc bayern münchen einfach keine gute trainerarbeit gemacht das muss man mal ganz klar sagen wenn ich einen nicht guten arbeitstag habe dann wird mir das auch mitgeteilt oder wenn ihr mal irgendwie mist macht auf der arbeit und das ist ja auch ein problem bei uns dass dieser trainer meiner meinung nach so zu wenig feedback gekriegt hat da war nun mal kein sportvorstand der man vielleicht sagt sag mal thomas was hast du da auf der pressekonferenz erzählt mit expected goals das ist doch gar nicht thema hier oder warum gibst du nicht mal dem jungen so und so die chance einem pavlovic oder einem tell warum warum setzt du auf die und die spieler obwohl du vor der saison sagst du kannst diese spieler nicht gebrauchen oder die sind keine führungsspieler vielleicht er hat einfach kein feedback gekriegt und wenn du kein feedback kriegst sei es bei der arbeit oder auch im freundeskreis da muss man auch mal ehrliches feedback kriegen zu meinungen wo man vielleicht auseinander geht ja dann passiert genau sowas also zieh dir bitte mal einfach den schuh hier an dass ein großer anteil davon auf deinen kopf gelaufen ist und ich finde da versuchte sich grad schon wieder so rauszuschlingeln und dann wäre ich ja jetzt auch gar kein trainer mehr und blablabla ja natürlich jetzt sollen die spieler in die verantwortung genommen werden aber wenn du wieder schräge aufstellungen machst oder die wieder zu sehr voll quatsch mit seinem taktik gelabere dann wird das auch wieder nichts werden und dann sitzen wir in zwei drei wochen wieder hier und machen die nächste pressekonferenz von bayern münchen und dann sitzt da oben aber nicht in herr tuchel sondern sitzen dann die verantwortlichen des des vorstands dann sitzt da ein freund dann sitzt da sehr wahrscheinlich auch ein eberl und dann werden die erklären warum es doch nicht bis zum ende der saison mehr funktioniert hat ja warten wir ab ich hoffe nicht darauf ich möchte natürlich dass mein verein dass unser verein gewinnt ich möchte dass wir uns für die champions league qualifizieren ich möchte dass wir in der champions league noch weit kommen dass wir wieder schön fußball sehen aber ich hab da zurzeit gar keine hoffnung und jetzt geht's rein da weiter dass die 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 spielerische entwicklung die ergebnisse nicht da sind wie wir sie uns vorstellen wie ich mir sie vorstelle dass es ist so im professionellen sport darauf haben uns geeinigt und so etwas kommuniziert nix als mark abel für rtl grüß gott herr tuchel ich stelle mir das grundsätzlich einfach sehr sehr schwer vor wenn jetzt eine entscheidung bereits feststeht man dann aber jetzt ja mit der größtmöglichen professionalität habe ich auch gesagt in meinem video dass ich die ein bisschen die befürchtung davor habe dass wir dieses prinzip der leben da kriegen also quasi da ist noch einer im amt aber eigentlich wissen alle dass er bald weg ist und ist da überhaupt noch der respekt da ist da überhaupt noch dieses für auch den trainer sich den arsch aufreißen da ist da nicht vielleicht eher die einstellung bei quatsch mich nicht voll du bist sowieso bald weg das nicht ohne grund der die verantwortlichen haben sich das bestimmt gut überlegt und das wird auch gründe haben dass du weg bist und ich bin echt mal gespannt ob das dinge nicht nach hinten losgeht ich hoffe dass ich mich irre ich habe aber ein ganz seltsames gefühl und was ist denn jetzt wenn wir jetzt auf einmal einen traumfußball spielen was was machen wir dann wird dann wird dann doch noch mal mit tuchel geredet also nach dem motto ja du hast es ja ein dollar umgerissen und was ist wenn wir jetzt einen total beschissenen ball spielen und die nächsten 45 partien ein sieg oder zwei sieger und den rest nur unentschieden oder verlieren da frage ich mich auch was was passiert dann also wollen wir das dann bis zum ende durchziehen stellt euch mal vor leipzig gewinnt gegen uns und aus den nächsten folgenden drei partien spielen dann ja gegen freiburg auch nie ein einfacher gegner und ich habe es nicht vor augen was dann noch alles kommt aber was ist denn wenn wir aus fünf partien kaum punkte holen und nachher noch die champions league auf der kippe steht die quali für die champions league also da bin ich mal gespannt aber schreibt mir gerne mal dazu eure meinung in die kommentare und lasst auch gerne ein abo da ich bin ja noch ein ganz kleiner kanal ich freue mich natürlich tierisch darüber wenn das ganze hier ein bisschen größer wird wenn sich in ganzen wenn sich einige leute mehr meine meine therapie stunden anhören meine selbsttherapie weil ich mache das hier auf jeden fall weil ich mir erst ja irgendwo runter labern muss und ich quatsche lieber in der kamera und zu irgendwelchen zuschauern als dass ich mich hier gegen die wand stelle und hier mit der wand rede weil meine frau kann sich das auch nicht mehr anhören so weiter geht dann die saison zu ende führen will muss im sinne des produktes sage ich mal im sinne dessen was was man möglicherweise noch in dieser saison gewinnen kann wie werden sie und ihr trainerteam das angehen und wenn ich richtig ziemlich einfach weil weil wir fußball leben wir das leben was wir machen ziemlich einfach für mich hat es noch nie eine rolle gespielt habe ich einen fünf jahres vertrag und fünf wochen vertrag habe ob der hoch dotiert war ob der nicht hoch dotiert war das spielt keine rolle ist alles was eine rolle spielt ist im hier und jetzt die 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 umstände die umstände sind sind neu aber es ist eigentlich wenn man wenn man sie ein bisschen mühe macht darüber nachzudenken so geht es mir zumindest ist eigentlich egal ja so egal ist das nicht aber da ist ja sowieso ein trainer beim fc bayern münchen der anscheinend auch nicht viel ahnung zumindest hat das bei uns und mir nicht gezeigt viel ahnung von psychologie team psychologie team chemie wie geht man auf spieler ein was macht eine psychologische situation mit manchen charakteren im team die eine stecken es besser weg die einen stecken es weniger gut weg da ist er ja gar nicht darauf eingegangen bei uns in den elf monaten da hat er einfach echt von mir die note sechs sorry leute das ist note sechs also alleine wie er sich auf pressekonferenzen wie bockig er sich bei interviews gegeben hat wie uninspiriert er im spiel auf das spiel eingreift wenn man sieht die erste halbzeit läuft scheiße er kriegt es doch nicht mehr hin in der halbzeit umzustellen nein er setzt weiterhin auf diese spieler was macht das denn mit den anderen spielern also das sind so viele sachen wo einfach dieser kopf diese psyche mit rein spielt und höhen das hat alles keinen einfluss ja auf dich vielleicht nicht aber auf einige spieler wir werden das sehen ob ich die entscheidung komplett nachvollziehen kann ob ich sie gut finde ob ich erleichtert bin ob ich nicht erleichtert bin habe ich happy bin ob es ob ich es richtig finde das spielt alles keine rolle ich liebe den job und und ich werde den job selbstverständlich wie zuvor mit mit der gleichen energie machen alles was zählt die entscheidung ob nachvollziehbar mit der energie wenn man so die ganze zeit auf der trainerbank sitzt nachvollziehbar wie sie mögen nicht mögen ob ihr sie versteht ob wir sie oder nicht es spielt keine rolle es gibt klarheit und klarheit bringt freiheit und die freiheit ist immer gut sowohl zum spielen als auch zum trainieren gleich daneben julian buhl ja hallo in den vergangenen tagen wurde auch sehr viel geschrieben speziell auch über ihr verhältnis zu joshua kimmich damals vergangenen tagen oder nicht nur ja deswegen wollte ich gerne bei ihnen nachfragen wie sie das eben jetzt fängt er wieder an zu scherzen thomas du bist so ein lustiger typ das problem ist nur dass du mit deinen kommentaren die situation nicht aufgelockert kriegst du willst immer irgendwas auflockern da es funktioniert aber nicht du merkst schon nach zwei sekunden wurde den satz gesprochen hast wieder war das so nötig wie gesagt kimmich da habe ich echt spielerisch viele probleme mit aber man kann dem jungen nicht abschreiben dass er sich nicht für den verein versucht aufzureißen und wenn du den auf die sechser position darstellt obwohl das nicht kann und wenn er vor der saison selber sagt ja aber ich bin der sechs da musst du mit dem reden und sagen hör mal zu du bist nicht mein sechser ich setze ein goreczka oder ein pavlovich dahin du bist mein achter weil du kannst das spiel nach vorne treiben und wie du ihn dann klein geredet hast und jetzt kommen wieder hier so blöde scherze und gott mich nervt es da will er extra lustig sein ist sorry leute ich bin da kann da nicht objektiv mehr sein dieser trainer nervt mich einfach nur noch bei uns ich kann es mir nicht mehr geben jede pressekonferenz also ohne diese videoaufnahme hier von mir ich könnte es nicht aushalten ich würde jedes mal gegen einen nicht vorhandenen sandsack schlagen sehen und auch wenn sie sagen nicht nur in den vergangenen tagen wie halt auch sie ihre ist eine rolle in dieser gesamten saison aber speziell auch jetzt in dieser momentanen situation sehen und eine kurze nachfrage noch zu der beschlossenen trennung ist es richtig dass sie auch diese trennung dann wollten und wenn ja warum ja waren sie dann der meinung hier im sommer nicht mehr weitermachen zu wollen danke ich bin mir nicht sicher ob es die option gab dass ich das entscheide ich bin ein angestellter vom verein deshalb wie gesagt wir haben nicht lange gebraucht zwar ein kurzes gespräch am am dienstag und nicht so körper normale länge von dem gespräch am dienstag und damals am mittwoch entschieden ich bin ich sehe das sehr professionell und sehr nüchtern das ist ja da hört man es raus also dieses im einvernehmen lasst uns ehrlich sein das ist ein nettes statement ist auch gut so dass das so rausgekommen ist da möchte ich gar nichts gegen sagen voll in ordnung aber da ist nichts im einvernehmen da wurden thomas tuchel meiner meinung nach komplett und ganz klar mitgeteilt du bist bei uns nicht mehr trainer nach dieser saison wir werden den vertrag mit dir vorher auflösen müssen oder ich kündigen müssen aber gut findet ja sowieso einen neuen job und was sagst du dazu und dann wird er was soll er wird doch schon gemerkt haben das ist es nicht er hat es doch schon in der winterpause gemerkt wo er nicht seine transfers gekriegt hat dass es das nicht ist dass der vereinig hinter ihm steht und da kann man jetzt auf den verein eintreten wie man möchte aber es ist halt auch schwierig als verein hinter einem trainer zu stehen der einfach keine leistung abliefert der auch mit dem spieler material wir müssen ja nicht darüber reden dass wir eine grottenmannschaft haben es nicht schafft auf die richtigen spieler zu setzen der es nicht geschafft hat uns eine spielstrategie und eine spielidee einen wieder nach vorne brechen mit dieser mannschaft zu implementieren das hat er einfach nicht hingekriegt und da finde ich es auch voll okay dass der verein dann gemerkt hat das ist nicht das ist einfach nicht das ist professioneller sport auf dem höchsten level da kommt es am ende auch nicht darauf an was ich will und was ich möchte findet man eine gemeinsame lösung ich denke nicht dass ich das einzige problem bin ich bin aber in der verantwortung und damit habe ich kein problem auf gar keinen fall und die übernehme ich auch und sie können sich sehr sicher sein dass ich nicht zufrieden bin mit dem wie wir spielen und das auch lange nicht wahr als wir gewonnen haben und dass wir das sehr gerne so gerne anders auf dem platz hätten jetzt haben wir eine neue situation die ist neu für mich ist neu für mein trainerteam auch neu für die mannschaft aber sie ist einfach sie ist gelöst die situation ist gelöst dies kommuniziert und dadurch glaube ich ist sie wie ich gesagt habe sie ist klar und hoffentlich hoffentlich bringt uns das eine freiheit sie bringt es auf jeden fall für den für den trainer eine freiheit in entscheidungen in dem wie man wie man agiert und sie bringt es hoffen warum bringt es für einen trainer eine freiheit in den entscheidungen wie man reagiert du hast doch als trainer dich immer so zu verhalten im besten sinne des klubs im besten sinne der mannschaft warum triffst du jetzt wie du es ja selber sagst vielleicht andere entscheidungen als du es noch gemacht hättest oder gemacht hast als du noch trainer warst da hört man schon wie höre ich schon wieder was raus ne dass er da vielleicht nicht so frei war in seinen entscheidungen dass er sich irgendwie gedacht hat nee du kannst ja jetzt hier nicht in kimmich als ein rechter verteidiger aufsetzen oder du kannst du jetzt nicht das und das sorry thomas du bist der trainer und muss einfach die eier in der hose haben das so zu regeln dass du denkst dass das das beste ist das zählt alles nicht für mich dass du jetzt frei bis in deinen entscheidungen also was was soll dieses gerede ich kann da nichts mit anfangen echt nicht wie auch für die mannschaft um sich ein bisschen freier zu fühlen ich denke nicht dass ich das einzige problem bin aber aber ich bin natürlich in der in der in der verantwortung und die übernehme ich und über habe ich jetzt gerade zurück gespult sorry leute habe ich mich gerade verdrückt ich glaube nicht ich bin jetzt hier echt gerade am gucken aber ich glaube nicht wenn die erfüllen das noch sagen nämlich auch mit dieser entscheidung ist kein problem ja sorry ich wiederhole mich ja auch manchmal muss man eben müssen wir eben vielleicht da nicht so müssen wir nicht so ernst und so eng gesehen dann damit der florian eckel für den bayerischen rundfunk no 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 lassen wir müssen also okay mich war noch sorry zu josh ja gut josh ist ein extrem wichtiger spieler ist ein führungsspieler und ich denke dass auch in den letzten spiel jetzt auf einmal ist er ein führungsspieler spulen wir mal elf monate zurück wie war das da für alle fans des eps bayern dieser ein bisschen tiefer drin sind ihr wisst wie ich das meine ne wie er gefordert hat dass andere alphatiere kommen müssen und so weiter und wir einen josh nicht gestärkt hat wie gesagt ich kritisiere josh auch oft aber wir sind wieder bei heinkes zehn regeln die effenberg letztens eine folge genannt hat mache nicht den fehler sondern setze auf deine führungsspieler wenn du nicht auf sie setzt dann musst du sie auch nicht aufstellen so einfach ist das manchmal ist es nicht schwer manchmal ist eins und eins dann doch zwei und nicht noch pie quadrat und wurzel ziehen und expected und g-wert und sonstwas josh nicht an seine top form herankommt aber mehr gibt es nicht zu sagen es wir kämpfen für gemeinsame ziele und das wird sie nicht ändern dann florian eckl für den bayerischen rundfunk hallo ja im endeffekt ist es jetzt ja für sie sie sagen sie haben die freiheit jetzt wie haben sie es bei der mannschaft schon wahrgenommen gab es da reaktionen weil zuletzt hat man immer mal wieder das gefühl auch ja dass die energie gefiltert also ist die gefahr nicht auch dass die energie jetzt noch mehr abfällt bei der mannschaft das werden wir sehen das werden wir sehen und kann ich jetzt wenig dazu sagen also ich hatte ich hatte nie das gefühl dass wir die mannschaft du hast ja allgemein kein gefühl für deine mannschaft ich hatte nie das gefühl dass ein problem ein größeres problem gibt zwischen mannschaft und trainerteam nur wir sehen wir haben ein sehr diffuses bild ich habe das mehrmals ich habe ihnen das mehrmals geschildert ja krasse diskrepanz zwischen dem wie wir trainieren und wie wir spielen dann steht am ende der trainer der trainer in der verantwortung wir haben offen auf dem guten niveau trainiert wie wie immer ob das nicht vor zwei wochen noch gesagt der möchte dieses trainingsgelaber nicht mehr anbringen es fängt ja schon wieder damit an mir ist scheißegal wie du mit deiner mannschaft trainiert es ist mir echt egal man wir hatten früher in meiner mannschaft auch ein der hat im training hat also alle genutzt ein übersteiger nach dem nächsten an dem vorbeigegangen ja dann im spiel hat der beim nach nach fünf minuten einen drauf gekriegt und dann hast du nichts mehr von dem spieler gesehen ja das war unser trainingsweltmeister und im spiel einfach nichts interessiert hör doch mal mit dem trainingsgeräte auf dann bringt auch deine expected goals besser nein besser nicht schon ob ich ihnen damit versprechen kann mit dieser entscheidung dass am wochenende alles besser hat nein ich war schon ein paar mal hier gesessen und war 100 prozent sicher dass wir dass wir einen riesen schritt nach vorne machen und eine topleistung bringen haben wir nicht geschafft so wie könnte ich jetzt hier sitzen und sagen dass das ist es jetzt jetzt ist alles jetzt ist alles gut das würde bedeuten dass eigentlich vorher alles schlecht war wenn vorher alles schlecht war denke ich würde heute ein anderer hier sitzen also glaube ich nicht dass wir haben ja noch ein paar ziele also wir spielen jetzt nicht thomas lass uns ehrlich sein wenn wir jetzt dann trainer hätten wo wir gewusst hätten der bringt uns sofort weiter wärst du doch gar nicht mehr da wird auch jetzt wie oft will er diesen punkt bringt dass er doch nicht umsonst jetzt noch bis zum ende der saison da ist es kann doch keiner mehr hören das doch auch so abgesprochen dass er jetzt nicht da komplett das bild verliert und so wenn du es natürlich so oft betont dann kommt halt ein komplett anderes bild bei mir an das ist halt das problem das ist wie der fußballspieler der immer davon früher auf dem boys bad gesagt hat wo ich bin ja ich bin doch der gute oder hier guck mal guck mal nein wenn du so oft dich selber lobst da stimmt schon was nicht ich bin in der meisterschaft noch um den um den maximalen erfolg und werden nicht aufgeben bevor das entschieden ist und wir haben noch ein rückspiel in der champions league spielen um das viertelfinale und und dann natürlich auch dort um den maximalen erfolg den wir erreichen können hier vorne stefan kumberger für sport 1 grüß sie haben gesagt sie wären nicht das einzige problem gibt es denn momente wo sie von ihren spielern enttäuscht sind weil es selber können sie ja nicht spielen und sie haben bei ihrer vorstellung gesagt es wäre einer der besten und talentiertesten kader in europa ja deshalb bin ich enttäuscht von mir und von dem wie wir im moment spielen aber ich bin ich bin nicht persönlich enttäuscht von spielern ich bin ihr trainer ich bin ich ja ist es wir haben wir haben hohe ansprüche immer wieder die werden sich auch nicht ändern sie werden sich auch nicht ändern für für morgen und für die nächsten woche da wird sich gar nichts ändern wir haben wir haben hohe ansprüche an die spieler und versuchen das maximale aus ihnen rauszuholen wir haben in dem rahmen den wir denken die frage zielte aber ja auch was anderes ab oder habe ich sollte irgendwie weil ich arbeiten war und mir eben ein halbes hähnchen reingeschraubt hat funktionieren meine gehirnzellen nicht mehr geben zu können alles gegeben ist es noch nicht zu ende die wirkung hat nicht die gewünschte wirkung gezeigt die die wir von uns die ich von mir selber erwarte und deshalb ist die entscheidung für saisonende getroffen aber sie ist für saisonende getroffen ich denke das impliziert dass es nicht das eine zu würfnis und den einen und und irgendwie die meinung gibt dass ich höre mir jetzt gleich die pressekonferenz noch mal von vorne an und dann mache ich mal striche mit wie oft er das noch erwähnen möchte das ist ja nicht mehr auszuhalten bin ich gerade so empfindlich oder bin ich einfach nur noch grundlos genervt nein thomas das ist ein beweis dafür dass du noch bis zum ende der saison machst weil der verein doch denkt dass das ist nicht nur an dir liegt und dass auch andere probleme da sind ja wir haben es verstanden es ist angekommen selbst bei mir dummen menschen ist das dass wir komplett aneinander vorbei arbeiten ich denke dass die verantwortlichen sehr wohl sehen was hier was hier jeden tag passiert mit wie viel energie wir versuchen die mannschaft zu beeinflussen und es ist mir persönlich ist völlig klar dass dass sie das nicht sehen im stadion weil ich sehe es im stadion auch zu selten deshalb übernimmt so am ende die verantwortung als trainer so ist das in der letzten reihe der gar am für sport illustrator eine frage ist macht ja immer die runde zuletzt das wort so ein bisschen fc untrainierbar der fc bayern aufgrund der spieler die sich doch ein bisschen schwer tun aufgrund der charaktere und so weiter waren sie ein bisschen zu blauäugig auch 2023 im märz um diesen job anzunehmen würden sie es vielleicht noch mal tun im nachhinein oder eher nicht macht keinen sinn zurück zu blicken in dem moment gab es gab es einen anruf und innerhalb von 48 stunden haben wir die entscheidung getroffen weil wir lust darauf hatten weil wir es uns zugetraut haben jetzt ist es ja nicht mal nicht mal ein ja oder was ist jetzt nicht mal ein ja es ist fühlt sich schon so an als wäre es auch für mich zum ersten mal so dass es das dass die entwicklungsschritte ja einfach nicht konstant erkennbar sind ja bei mainz hast du noch entwickelt bei dortmund würde ich aussagen hast du noch entwickelt wobei man da ja auch hier und da raus wird bei ex-spielern dass es nicht einfach war mit dir und dann bist du zu zwei vereinen gekommen die von scheichen geführt werden wo millionen wenn ich sogar milliarden im hintergrund sind und dann konnte man sich seine spieler wünschen und dann muss man nicht mehr so viel entwickeln und ich meine müssen wir nicht darüber reden also ich glaube dass die hälfte von uns das hinkriegen würde in der französischen liga mit einem paris saint germain wo neymar wohnen bp gespielt hat oder ja immer noch spielt französischer meister zu werden du musst die jungs doch einfach nur aufs spielfeld laufen lassen so und in paris hat er die champions league auch nicht gewonnen jetzt wird immer so himmel hoch er gelobt für schelzi aber da hat er es ja auch nicht geschafft in 34 spielte eine konstante leistung hinzukriegen sonst wären sie ja meister geworden für mich ist es immer einfacher einen pokal zu gewinnen wenn du einen gewissen lauf hast als eine ganze saison den meistertitel zu holen und dann hätte er letzte saison bei uns auch nicht geholt wenn dortmund sich nicht sorry an die dortmund fans falls ihr überhaupt welche sind sich nicht so dumm angestellt hätte und das haben sie sie hätten einfach nur im letzten spiel gegen mainz gewinnen müssen und dann hätten wir gar keinen titel unter tuchelner wir haben extrem viele punkte geholt wenn ein paar rekorde und und aufgestellt auch das wird ja leicht vergessen werden eine extreme bisher extreme verletzten situation auch für das spiel morgen ne wir sind selbstbewusst genug um immer immer ja mit der verletzten situation müsste man auch mal im verein genau nachschauen was denn da bitte los ist aber ein trainer hat damals zu mir gesagt und die wenn die psyche nicht funktioniert funktioniert auch der körper nicht muss man nicht so sehen aber man kann man darüber nachdenken dass häufig spieler vielleicht im kopf nicht ganz klar sind auch er dazu neigen zu overpacen er dazu neigen vielleicht vorsichtiger reinzugehen und sich dann noch eher zu verletzen aber ich will jetzt hier nicht in irgendwelchen hieroglyphen rummalen aber das ist meine meinung dazu es kann auch zufall sein es kann auch pech sein aber das ist dann schon ganz schön viel pech und ganz ganz schön viel zufall und waren selbstbewusst genug dann sind das auch nach wie vor um von uns überzeugt zu sein ich denke das ist auch unser recht im trainerteam wir waren überzeugt davon auch hier die mannschaft offen offen auf das nächste level zu bringen und auch konstant auf das nächste level zu bringen das ist uns nicht gelungen deshalb wird das ab ab sommer jemand anders machen ja dann in der mitte bevor wir nach drüben wechseln ja bitte ja grüß gott herr tuchel johann michael ist eins in der amerikanischen politik spricht man immer gerne von einer lame duck wenn fest steht dass der präsident geht dass er keine lange amtszeit mehr hat inwiefern befürchten sie ein stück weit auch ein autoritätsverlust dass vielleicht der ein oder andere spieler denkt aber der ist ja sowieso in zwei bis drei monaten jetzt wäre geil wieder so ein cooler joe von tuchel kommt autorität hatte ich doch noch nie weg das würde mehr über den spieler aussagen als über meine autorität würde ich sagen wir haben jetzt auch mit einigen fans draußen gesprochen die haben so zu uns gesagt die hatten so das gefühl es hätte nicht richtig gematcht zwischen ihnen und dem fc bayern wie würden sie das rückblickend sagen sind sie richtig warm geworden in der zeit mit dem fc bayern ich identifizierten ja also ich glaube da gehört ein bisschen mehr dazu als als nur vereinzelte fan meinungen ob ich nicht warm geworden bin ich glaube dass dass sie als trainer oder ich als trainer wir beeinflussen natürlich maßgeblich werden wir danach beurteilt wie die mannschaft spielt wie viele punkte sie holt und auf welche art und weise so das ist doch ganz klar da sind wir unter unseren eigenen erwartungen zurückgeblieben aber sie beeinflussen natürlich schon auch eine kultur innerhalb eines vereins das beginnt das ist beim beim zeug auf den physiotherapeuten bei den bei den mediendirektoren und so weiter und da setzen sie den ton für ein miteinander und und so weiter und ich glaube nicht dass sie da viele stimme finden würden die die bestätigen dass wir hier nicht warm geworden sind dass das würde ich so nicht empfinde ich definitiv nicht so und würde sagen es ist das gegenteil ich kann nachvollziehen ich verstehe was die leute was die leute meinen die aber es ist vielleicht dann auch eine übersprungshandlung dass sie einfach nicht sehen wie wir die mannschaft beeinflussen und auch da kann ich sie verstehen und dann wird halt dann ist es ein jump in tour conclusion dann ist es ach der ist nicht warm geworden okay wenn es so einfach manchmal ist dann wird ja auch spätestens im sommer alles gut dann auf diese häme dabei diese häme dabei es wird aus der wahrscheinlich ab sommer nicht alles gut und ja ich würde das aussagen als bayern fan du bist nicht warm geworden bei uns aber es liegt gar nicht daran ob du nicht mit dem zeug was gut kannst das glaube ich dir glaube ich dir ich sage auch nicht dass der tuchel ein schlechter mensch ist aber erst nicht warm geworden mit der mannschaft er ist nie hat nie diese connection mit diesem team hin gekriegt und das kann man wieder sagen die ist untrainierbar ja wer denn dann setzt diesen spieler raus auf die auf die bank selbst ihnen doch einfach auf die bank wenn du nicht davon überzeugt ist dass ein kimmich oder guretzka oder sonst wer dir das den erfolg bringen dann setzt sie auf der bank aber jammer nicht mit transfers rum du hast ein pavlovich gehabt warum hast du nicht auf die licht weiter gesetzt warum setzt du nicht auf den tell der immer wieder die leistung gebracht hat und das heißt auch nicht warm werden das heißt was mit leistungsprinzip zu tun wir sind im profisport klaus bergmann für die dpa bitte hallo tuchel sie haben gesagt klarheit bringt freiheit welche freiheit erwarten sie morgen seitens der mannschaft jetzt in dem spiel gegen leipzig und welche klarheit bringt es für sie in ihrem handeln jetzt bis saison ende da verändert sich ja auch was ja und sie haben vorhin diese personal situation also geben sie uns dann noch ein personal update ja dann sind wir wieder bei der normalität es noch raus von sie fehlt sascha boy fehlt muss masraoui fehlt kings lecomon fehlt upa ist leider gesperrt und konny ist nach sechs wochen zurück im training und kann im kader sein so das ist das personal update und klar es verändert sich auf jeden fall die situation also meine meine also die entscheidungen auch für den trainer sind natürlich jetzt auch von einer größeren freiheit geprägt weil ich weiß dass es dass meine entscheidungen auch wenn du brauchst eine entscheidung nicht mehr abwägen was das für eine langzeit wirkung hat die entscheidung ist eigentlich kann jetzt alles jetzt kann endlich zum tut mir leid also daran sieht man schon er hat es nicht gerallt er hat es einfach nicht gerallt wie du musst entscheidungen treffen weil die sonst oder darfst irgendwelche entscheidungen nicht treffen weil die sonst irgendwelche langzeitwirkungen haben könnten nee tut mir leid thomas ganz im ernst du musst entscheidungen treffen wo du denkst dass das das beste für das team ist und nicht was irgendwelche langzeitwirkungen wenn du darauf geachtet hättest dann hättest du doch im teil mehr einsatzminuten gibt gegeben im delict mehr einsatzminuten gegeben also hör mir was haltet ihr davon ich halte gar nicht viel von das macht für mich vorn und hinten keinen sinn ich bin anscheinend zu beschränkt in der birne du kannst doch nicht wenn du beim arbeitgeber bis dein handeln danach ausrichten ja okay jetzt kann ich mal dem und dem die meinung sagen weil ich bin ja sowieso bald weg oder dem und dem sage ich jetzt besser nicht die meinung weil ich bin ja sowieso und bald weg nein sei einfach ein authentischer typ sei einfach authentisch in jeder in jeder pore deines körper zu jeder zeit deines lebens und dann kommst du irgendwie durch durchs leben und dann ex du zwar auch an und wirst deine probleme kriegen aber dann bist du authentisch und darum geht es doch hier oh gott drei daumen runter das zeigt schon dass er nicht angekommen ist und bei mir auch nie ankommen wird will dich und mit absolut 100 prozent alles wie in pokalspiel gecoacht werden von spät zu spiel denn was die die sagen mal eine kaderentscheidung eine auswechslung eine einwechslung eine startelf und sonst was hat jetzt für mich persönlich keine 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 langzeit wirkung mehr wie wirkt sich das aus auf die ja das heißt dann sehen wir als käme ich jetzt das erste mal als rechten verteidiger endlich wobei man dann ja auch wieder so kommen könnte er wird quasi dazu genötigt aufgrund der aufgrund der leute die noch die noch fit sind und das hätte er sich anscheinend vorher nicht getraut weil dann hätte das eine langzeitwirkung gehabt oder wie oder du jetzt mal vielleicht nicht auf dem kim gesetzt weil er nicht fit ist aber es hätte eine langzeitwirkung gehabt weil du hast ihn gewollt mach es doch mal einem praktischen beispiel klar ich deute da jetzt gerade natürlich sachen rein weil ich muss sachen immer für mich in die praxis übertragen können alles wird gut oli wie die chemie wie wirkt es aus auf den spieler was passiert dann in der vorbereitung will der spieler dann im sommer gehen wenn das jetzt wieder in dem wichtigen spiel oder sonst was das fällt alles weg das wie gesagt das sollte auch sonst wegfallen sorry thomas ich habe es gerade ich wiederhole mich es sollte auch sonst wegfallen stell danach auf was du denkst was am besten für die mannschaft ist und red dich jetzt nicht so raus das hört sich mal für mich hört sich das nach einer ausrede an also da gibt es ja auch genug beispiele wo das wo das wo das hilft wo das im trainer hilft und dann vielleicht auch eine mannschaft hilft die erwartungen an meine mannschaft sind immer sehr hoch von mir persönlich weil die erwartungen an mich von mir persönlich sehr hoch sind deshalb erwarte ich immer das maximum das haben wir nicht oft genug geliefert morgen ist ein super schweres spiel die ergebnisse zuletzt gegen leipzig seit live dabei ich wie ich jetzt meinen titel des videos nennen irgendwas mit widersprüchen muss da rein natürlich pressekonferenz reaktion widersprüche mal wieder und wie hat das wie wurde das eben genannt frei frei entscheiden als müsste ich eigentlich immer zurückgehen das muss mir später noch mal genau an ich muss mir mal so als dinge frei entscheiden ohne konsequenzen irgendwie sowas sprechen eine eindeutige sprache leider nicht in nicht in nicht in unserem sinne leipzig hat einfach viele dinge die uns wehtun und wir müssen wir müssen ja also ich kann mal ich weiß auch ich weiß auch dass die spieler ich meine wir sprechen ja jetzt auch miteinander wir stehen jetzt nicht voreinander und reden nicht mehr und ich bin beleidigt und 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 die spieler sind glücklich wie nie so ist ja die situation nicht sondern wir haben wir haben eine beziehung aufgebaut und auch eine offene beziehung und eine beziehung die auf dem dialog stattfindet und 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 das hört ja nicht auf deshalb weiß ich auch wie die spieler sich jetzt fühlen und wir werden sehen ob wir werden sehen morgen wir haben oft genug gesagt dass wir sehr sehr gut trainiert haben wir haben oft genug gesagt wir werden morgen das zeichen setzen wir haben es nicht oft genug geliefert aber klar ist es stellen morgen bitte einfach den pavlovich auf die sechs den musiala auf die acht den müller auf die zehn den kemmich nach hinten rechts stellen tell nach links ja von mir aus stell sein nach rechts weil er ja zumindest ein bisschen dampf gezeigt aber dann kannst du ja jetzt weil du ja jetzt frei in deinen entscheidungen bist auch mal zu einem sané sagen dass du keinen kopfschüttel mehr sehen willst dass nicht der kopf nach unten gehen soll dass er sich den arsch aufreißen soll und wenn es nach hinten geht er auch nach hinten arbeiten muss kannst du ja dann auch mal bitte einfach so sagen weil du da nicht die power zu hast dann stellen saragossa auf die licht bitte in der innenverteidigung mit mit einem da ja zusammen und links stellst du ja kätzig haben wir ja nicht mehr wenn haben wir ja überhaupt noch fit ist gerero hin haben wir doch die ausstellung schon durch geratert brauche ich da kein video zu machen ich wüsste nicht wie ich sonst aufstellen sollte das wäre meine meine elf oder warte lass mich kurz überlegen ja klar du kannst auch müller nachwärts aber ne müller muss in die mitte und dann vielleicht denn den musialer mehr von der acht kommen lassen und dem jungen sagen dass er auch sich vom ball trennen kann er muss nicht jedes mal drei spieler austribbeln das ist auch voll okay wenn du mal ein ball abspielst du kriegst den golden goal den golden golden goal sag ich schon wie heißt das denn auch mal hier den goldenen fuß fußballschuhe das heißt wirst du sowieso nicht gewinnen diese saison nach drei niederlagen jetzt zu Hause gegen leipzig mit der mit den ergebnissen und leistungen die wir zuvor gegen leipzig haben wir da muss wirklich jedem klar sein wir müssen mental aber auch körperlich an die absolute grenze gehen jetzt haben wir natürlich ein paar paar situationen im kader dass uns geschwindigkeit fehlt dass uns kompletten rechter verteidiger fehlt aber wir werden lösungen dafür finden und warum ist warum fehlt die geschwindigkeit ist er jetzt auch verletzt habe ich was nicht mitgekriegt ist saragossa verletzt ist es sané verletzt ist doch okay deine außenverteidiger dürfen doch sowieso die ganze saison schon nicht groß druck nach vorne machen also ändert sich da ja nichts also ist doch alles in ordnung morgen angreifen machen wir noch vier fragen bitte nebendran vincent schirpke für die tz hallo herr tuchel sie haben ja gerade schon am beispiel von josua kimmich gesagt dass nicht nur in den vergangenen tagen sondern auch in den vergangenen wochen und monaten immer wieder über störgeräusche neben dem platz berichtet wurde hätten sie sich da manchmal mehr ein fokus auf sportliche gewünscht und zum sportlichen wie schwer war es denn jetzt in so einer woche wo so viel passiert sich richtig auf so ein wichtiges spiel am samstag vorzubereiten hat mir das gefühl dass sich da im team im training irgendwas verändert hat in der stimmung oder vielleicht auch was befreit hat wir haben vorher auch gut trainiert und wir haben auch jetzt wieder gut trainiert also wie gesagt ich glaube dass wir das ist ganz normales in einer gruppe von 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 20 spielern dass manche zum trainer einen engeren draht haben manche haben keinen so engen draht aber ich glaube grundsätzlich ist der umgang von von respekt geprägt und und das ist und und er ist immer von 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 erwartungen an den an den sportler aber auch natürlich an den menschen in der kabine wir haben natürlich klare erwartung die sind immer klar kommuniziert wenn es da ein zerwürfnis oder wenn es da ein verhältnis gebe dass das dann dann glaube ich würde heute hier jemand anders sitzen also wir haben die entscheidung ich hätte die strichliste machen müssen ich hätte echt das fünfte mal jetzt doch bestimmt oder seid ehrlich fünf mal mindestens bis jetzt getroffen dafür klarheit zu schaffen dass jetzt gerade nach 33 niederlagen nicht wir ständig in die in die gleiche in die gleiche mühle tappen bleibt er jetzt noch trainer bleibt dann nicht mehr trainer geht das noch geht das nicht mehr erreicht er noch die mannschaft war das jetzt unglücklich war das spielen die gegend den trainer können die nicht besser was auch immer das ist ja das ist sehr müßig so das haben wir jetzt weg also ist einfach eine eine entschuldigung weg ein störfaktor weg können sie nennen wie sie wollen und 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 los geht es aber viel verändert in der spielvorbereitung hat sich für mich persönlich jetzt nicht also da muss ich auch sagen habe ich an mich im professionellen anspruch den 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 es zu erfüllen gibt und da professionell vier videoanalysen vor dem spiel werde ich persönlich kein prozent nachlassen ein zweiter davor felix roderer für antenne bayern hallo herr tuchel sie haben vorher schon wieder vom maximalen erfolg gesprochen das war ja auch in der pressemitteilung zu lesen vielleicht können sie dieses ziel mal abstecken was ist denn dieses jahr noch drin was möchten sie noch erreichen was für eine unnötige frage also sorry da muss ich jetzt auch mal ja in der champions league so weit kommen wie es nur geht am besten ins finale und in der bundesliga alles gewinnen was noch möglich ist und hoffen darauf dass der da oben ein paar mal strauchelt der bayern 04 leverkusen die mannschaft nächste frage bitte so unwahrscheinlich dass jetzt im moment sich anfühlt spielen wir trotzdem um zwei titel und der maximale erfolg am wochenende sind drei punkte also spielen wir erst mal um drei punkte so einfach ist es erst reihe nicolas linder für die bild zeitung hallo herr tuchel sie haben gesagt in ihrer analyse sind sie nicht das einzige problem hier beim fc bayern für diese situation wo sehen sie denn die anderen probleme ja sehr gut auch wenn ich die bild zeitung nicht immer gern habe aber die bohrt immer gut nach die dame das ist doch eine dame glaube ich habe das auf den namen nicht geachtet ich gerade überhört ja aber da muss er jetzt natürlich aufpassen was er sagt und gründe wegen denen ihre arbeitsweise hier nicht funktioniert hat wie bei anderen vereinen wo sie sehr erfolgreich waren und auch julian nagelsmann der beim vorigen verein gute arbeit geleistet hat nicht das liefern konnte was man sich erhofft hat die verantwortlichen kennen meine analyse ist auch eine sehr selbstkritische analyse aber die kennen meine analyse und ist definitiv keine analyse für die öffentlichkeit sehr gut jetzt brauchen ein bisschen zeit weil ja finde ich eine gute antwort finde ich gut muss ich muss ich ihn loben da jetzt nicht irgendwie nach vorne zu brechen natürlich hätte er jetzt da irgendwo draufhauen können aus seiner meinung aus seiner warte heraus aber das finde ich finde ich mal ein erwachsenes verhalten und kommt da gut raus aus der frage das mikrofon umher wandert hier bei der frau in der erste reihe zu mario krisch für den kicker so nach dem motto ich fand die frage jetzt trotzdem gut weil man kann es ja mal versuchen und da ist es jawohl jetzt haben wir viel über die mögliche freiheit der der spieler sinniert was glauben sie denn wie schwerfällt wird es ihnen denn fallen jetzt in den nächsten monaten komplett auszublenden was für sie vielleicht ab so mal passieren wird das kommt super einfach weil da wird jetzt bis zur saisonende gar nichts passieren also es geht für mich ja ab sommer weiß ich nicht was passieren wird aber ich werde da jetzt keinen einfluss drauf nehmen es hat mir für mich noch nie funktioniert während 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 eines jobs über andere dinge nachzudenken oder 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 andere dinge zu planen dieser job für mich funktioniert nur mit 100 prozent von dem was ich habe deshalb habe ich habe ich eine idee davon habe ich eine idee davon aber die idee muss in der schublade bleiben bis das letzte spiel gespielt ist sonst sonst funktioniert es nicht sonst funktioniere ich nicht und ich habe einen sehr hohen professionellen anspruch sorry aber ja okay das glaube ich ihm auch weil dafür hat man ja auch berater das heißt wenn es da ein menu oder ein schelzi oder ein barcelona oder wer auch immer anruft dann wird er bestimmt nicht sagen oder sein berater melden sich nochmal in fünf monaten also aber trotzdem voll in ordnung was er dazu sagt an mich selber und das geht nur mit 100 prozent für die aufgabe in der ich jetzt im moment bin und das ist bis zum zusammenende zu 100 prozent bei in münchen dann die letzte frage torben hoffen noch wenn du so weit lange machst ich würde noch mal auf die abwägung und langzeitwirkung sprechen man hat so das gefühl dass du jetzt in deiner trainingsarbeit freier bist und das umsetzen kannst was du vielleicht vorher auch gerne ja genau sehr gute frage da rege ich mich ja schon die ganze zeit während dieser reaktion drüber auf danke torben wenn du gemacht hättest was dann aber bei dem einen oder anderen spieler ich nehme auch bewusst die mannschaft in die pflicht dass da in richtung mentalität oder charakter du dann letztendlich auch von dem einen oder anderen spieler enttäuscht bist also es klingt so dass das du jetzt frei bist in deinen entscheidungen weil vorher hättest du abwägen müssen ob einer jammert oder im sommer den verein verlassen will also das hat es ist nichts bayern spezifisches dann ist gut dass wir es noch mal erklären können dass das ganz normal ist also dass du in dem spieler zum beispiel der der von seinem hat gar nichts mit bayern zu tun das ist in paris und in dortmund und in london nichts anderes einem spieler der der vielleicht schon lange im verein ist der lange spiel der noch einen langen vertrag hat dass du das mit in deine entscheidung wie du mit ihm umgehst wie du mit ihm planst mit einbeziehst ist also so arbeite ich immer dass in dem moment wo du weißt sehr gute nachfrage danke endlich werden meine fragen hier gestellt das ist doch genau das was ich eben gesagt habe es kann doch nicht sein dass die dauer deines vertrages es beeinflusst wie du aufstellst wie du entscheidest gegenüber den spielern danke was jetzt bin ich mal sorry dass ich dazwischen gegangen bin wieder und wieder pause gedrückt habe aber jetzt möchte ich meine antwort hören von herrn tuchel und jetzt bitte sei einfach offen und ehrlich alter gute nachfrage danke torben hoffmann beste pressekonferenz von dir bis jetzt ever ever ja okay so kann man es auch sehen ich denke schon dass es das ist wieso kann man es auch sehen dass es eine rolle spielt und dass es eine rolle spielt ob auch ob ihm wie ihm also ganz normal also jeder kriegt eine individuelle also also nächster titel idee gute fragen bescheuerte antworten das wäre auch noch eine möglichkeit ja ihr seht also man macht sich ja schon gedanken darüber wie man so ein video nennt behandlung und ob jemand jetzt als als newcomer als 18 jähriger 19 jähriger spielt oder als 25 jähriger oder als 30 jähriger das ist schon eine andere form von dem umgang und da würde ich euch jetzt auch nicht mal außer acht lassen also wenn thomas müller auf der bank sitzt wie sind da die nachfragen oder wenn rafa guerrero auf der bank sitzt macht ihr da kein das ist das wort aber das ist also das ist doch genau das ist doch genau das thema das ist doch genau das thema also du beschreibst jetzt im grunde was was absolut in der realität von von euch als feedback überhaupt nicht zurückkommt ihr ihr seid auch die allerersten die kompletten und so wie nennt man das nochmal in der psychologie wenn du eine umkehr machst von einem angriff also das ist jetzt total interessant der fühlt sich angegriffen und schießt jetzt zurück wobei die frage doch voll berechtigt ist warum machst du einen unterschied darin ob du noch trainer bist oder nicht mehr bei trainer bist in der art und weise wie du aufstellst oder entscheidungen triffst und jetzt will er argumentieren das ist doch völlig normal das macht doch die presse auch in ihrer beurteilung der situation und in der presse denken sie mal ganz im ernst ist das jetzt echt sein ernst ist das seine art und weise darauf zu antworten was bin ich froh dass das am 30 sechsten endet leute ihr könnt es euch nicht vorstellen ich habe mich schon oft über mal trainer aufgeregt hat mich auch schon häufig mal über unsere mannschaft aufgeregt obwohl ich bayern fan bin aber sowas habe ich mir in den letzten seit 94 bin ich bayern fan das sind jetzt quasi 30 jahre sowas habe ich mir noch nicht gegeben und wir hatten die wilden 90er jahre dabei ich sage nur erich ribeck und so weiter und so fort aber sowas tut mir leid aber da siehst du auch darum klappt das auch nicht bei uns darum klappt das auch nicht bei uns das klappt vielleicht in schelzi das klappt vielleicht da und da das klappt vielleicht in paris viel erfolg beim nächsten verein thomas viel erfolg und das meine ich echt voll im herzen aber so funktioniert das nicht beim fc bayern münchen und so funktioniert das auch eigentlich in keiner fußballmannschaft unterschied machen und komplett darauf gehen wer wird ausgewechselt war den hat er jetzt ausgewechselt und dann wird eine woche sondersendungen darüber gemacht wenn zwei wochen zwei wochen nein stopp 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 aber nicht von mir ich habe immer gesagt hier geht es um leistung du musst nach leistung aufstellen und wenn müller keine leistung bringt dann lass ihn bitte draußen wenn kinnig keine leistung bringt dann lass ihn draußen und wenn tell fünf mal hintereinander zu spucken fünf mal hintereinander scheiße spielt dann lass ihn draußen aber du hast genau das gegenteil gemacht du hast die spieler belohnt die nicht gut gespielt haben und du hast die spieler abgestraft die gut gespielt haben und darum geht es und hier geht es nicht um müller oder sonst was natürlich ist ein müller mehr thema aber müller saß dann auch wieder bei spielen draußen obwohl er vorher einer von den wenigen war die das spiel schnell gemacht haben die die räume erkannt haben du hast mit dem quatsch erzählen angefangen mit das ist kein müller spiel oder das ist ein müller spiel du machst das fass auf sagt doch einfach du stellst eine leistung auf die leistung hat dir nicht gereicht von dem müller vom guerrero von wem auch immer du lässt ein delict draußen obwohl opa meccano und kim nicht richtig fit sind und es auch wieder gezeigt haben in ihrer leistung du machst das und kein anderer man widersprichst du dir alter falter ist das anstrengend so dieses selbst herrliche und drüber geschrieben der gleiche vorfall mit mit einem rafa guerrero oder mit einem millionen spieler wird gar nicht gar nicht gar nicht darüber diskutiert so doch klar wurde über einen teil diskutiert es wurde über uns dann diskutiert verdrehen ich die sachen ich muss diese psychologischen wörter noch mal nach nachholen wie man das alles nennt ich glaube nicht stromann argument oder das ist ein stromann ich bin mir nicht sicher ich will jetzt da keine psycho stunde hier machen ich mache mich da noch mal ein bisschen schlauer und werde da in zukunft dann so was mehr mit einbauen wenn ich das hinkriege deshalb sind wir doch genau darin deshalb und das ist dann sehr naiv zu fragen ist es nicht einfach so der ist gut der fliegt der geht raus und der andere also sowas weder bei dir als du gespielt hast noch ist es heute so ist auch was ganz normales und finde ich jetzt ein bisschen heuchlerisch um so um die ecke zu kommen wir arbeiten immer so die fragen sind immer heuchlerig die guten fragen sind heuchlerig ich könnte kotzen leute ich nenne das video wieder brechreiz oder was ich hab doch letztens schon bei einem video brechreiz heute magenschmerzen oder mir schnürt sich der hals zu ich weiß es nicht kommen wir die veranstaltung pur ne kommen die ist es eigentlich nicht ne man ich muss mir was überlegen satire dass das dass du jetzt als trainer das war glaube ich für jub auch so als pep dann verkündet wurde während er noch um alle titel gekämpft hat und ja gott sei dank auch alle titel geholt hat glaube ich gibt ihr das ob du das möchtest ob wir das gut finden schlecht finden und und sonst was wir trainieren auch jetzt nicht anders also wenn das so rüber gekommen ist wir trainieren nicht anders aber es gibt ja einfach du bist aber auch selber schuld in spart jedoch einfach demnächst deutsche aussagen da musst du dich nicht da so komisch raus wuseln wieder du bist es aber auch selber schuld ob du es willst ob das nicht willst ob das gut findest es gibt dir auf jeden fall ein paar prozente an entscheidungsspielraum wo du ein bisschen rücksichtsloser sein kannst und wir werden sehen im moment nehmen müssen wir ganz alleine schon aus der verletzten situation viel rücksicht nehmen ich glaube dass das auch ein riesen punkt ist wir hatten in der ganzen saison noch nicht einmal die situation dass spieler wirklich um ihren platz kämpfen weil sie wissen diese position ist doppelt besetzt ich muss liefern im training ich muss liefern im spiel ich muss wieder es ist doch nicht wahr was haben wir bitte mit einem pavlovich gehabt er immer wieder draußen saß ob es wurde wieder ein kimmich und goreczka eingesetzt was haben wir mit dem teil gehabt wo ein koman wochen monatelang gespielt hat obwohl er nicht abgeliefert hat was haben wir mit dem davis gehabt wo ein kretzig noch da war das halbe jahr erzähl mir doch keinen das ist so verblendet und jetzt selbst jetzt wo und die licht fit ist kriegt er nicht die faire chance widersprecht ihr doch nicht mein gott alter junge 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 liefern wieder liefern liefern es ist mittlerweile so dass jeder der ins training kommt im kader ist durch die ganze saison gab es glaube ich noch nicht ein einziges mal die situation dass wir einem einzigen lizenzspieler mal die schlechte nachricht sagen müssen dass er nicht im kader ist das ist nicht förderlich für ja nicht im kader ist aber was anderes als nicht in der ersten elf und keine faire chance kriegen vom kader aus in die erste elf zu rutschen und wieder so ein komisches schlängel argument vielleicht genau das was uns eigentlich allen fehlt wenn wenn wir spielen uns allen fehlt der der bis das verbissene die energie zu sagen ich gehe hier nicht vom platz runter ich muss hier und am nächsten tag muss ich wieder darum kämpfen und das ist mit sicherheit auch ein großer baustein kann das ja nicht nennen tuchel lügner aber tuchel verdreht tatsachen kann man das so nennen schon langer titel tuchel verdreht tatsachen und widerspricht sich nonstop in der in der in der in der beschreibung der situation ich weiß weder wo ich angefangen habe noch wie ich jetzt aus der antwort torben hoffmann was schwer du beendest mit viel leidenschaft und wir müssen nachmittag essen okay danke bis morgen servus freunde der nacht freunde der nacht was soll ich dazu noch sagen ich denke es ist alles gesagt ich habe ja oft genug unterbrochen wir sind jetzt schon wieder fast bei einer stunde hier das video wird dann eine stunde und eins sehr wahrscheinlich dauern es ist es ist für mich einfach nur noch anstrengend dieser mensch verdreht die tatsachen der mensch argumentiert auf einer komplett falschen ebene dieses ich bin jetzt kann mich jetzt frei machen und andere entscheidungen sorry diese antworten ziehen bei mir einfach nicht die er da geliefert hat das reicht mir nicht aus mir reicht es einfach nicht aus ich bin echt gespannt ich habe erwähnt dass das die pressekonferenz vor dem spiel vor dem spiel gegen erbe gegen rb leipzig ist ja kriegt er dann jetzt noch die info aber das wisst ihr ja auch ich kann es mir nicht mehr anhören und wenn ich kein bayern fan wäre würde ich sagen er bitte las ihn die nächsten beiden spiele verlieren dass dieses thema schneller erledigt ist aber das möchte ich nicht ich möchte dass wir uns für die champions league qualifizieren ich möchte dass wir irgendwie noch weiterkommen in der champions league darum ja wenn wir das irgendwie runter würgen müssen mit diesem trainer und dann mache ich aber auch drei kreuze im kalender wenn er weg ist also ich habe so was noch nie gehabt so eine anstrengende person ich kann den jungs so die daumen drücken dass er beim training dass er als mensch komplett anders ist als er sich als er sich hier beim beim trainer beim training bei der pressekonferenz gibt dass er da nicht so widersprüchlich ist anscheinend aber an aber seine aufstellungen zeigen ja was anderes dass es keinen konkurrenzkampf gegeben hat ist einfach totaler bullshit ja wir haben viele verletzte aber das ist bullshit sorry leute das finde ich total unnötig diese aussagen du verrennst dich da selber in deinen eigenen argumenten ich kann es mir nicht mehr anhören wir drücken alle die daumen gegen rb leipzig da müssen wir auf jeden fall ein sieg holen damit die nicht da näher an uns ran rutschen noch nicht stehen ja einigermaßen knapp hinter uns noch ist es nicht so knapp aber es könnte knapp werden dadurch dass uns als bayern fans zusammenstehen lasst uns durch diese schwierig schwierige zeit zusammen und zusammen raufen und einfach die daumen drücken dass wir das spiel irgendwie gewinnen ich glaube wir müssen diese saison nicht mehr darauf hoffen dass wir einen schönen fußball sehen ich glaube das wird unter diesem trainer ganz ganz schwer ich glaube hier geht es eher darum schnelles tor zu machen und das ding irgendwie über die über die runden zu kriegen ich lasse mich aber auch gerne eines anderen überzeugen vielleicht kommt jetzt eine trotz reaktion der mannschaft vielleicht sind die jetzt frei an ihren köpfen weil ich denke der ist jetzt bald weg gott sei dank jetzt ist mir auch scheißegal was hier für eine taktische aufstellung kommt so wie ich jetzt mal schon erzählt habe dann stellt man mannschafts intern einfach um lassen wir uns überraschen wir drücken auf jeden fall die daumen und in diesem sinne beende ich das eine minute und eine stunde und eine minute video und wünsche euch noch ein schönes wochenende wünsche euch viel gesundheit ein schönes und vor allem erfolgreiches spiel und in diesem sinne haut rein ciao ciao